Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die werden das ja wohl wissen, aber komisch finde ich das schon. Und nicht mal in der Berufsschule wollten die Geld. Dabei schlacht der Warnicke, als ich damals diese Fleischerei-Fachverkäuferin oder Peterswall-Lehre angefangen und dann nicht zu Ende gemacht habe. Denn die haben mir ja sowieso nichts beigebracht. Und Spars hat das auch nicht gemacht. Und wie viel? Dafür, dass ich hier einmal die Woche jetzt aufschlag, wollen die so umgerechnet ungefähr 160 Euro von mir haben für zwei Monate. Dafür habe ich zwei Tage als Light-Model gearbeitet. Na gut. Aber zumindest, ich habe euch hier noch ein bisschen vorbereitet mit meinem Wörterbuch und so. Aggression and so on. Und dann werde ich mal sehen, was sich hier denn so alles ergibt. Und werde am Ende Bescheid sagen, ob ich denn denke, doch vielleicht irgendwas Neues über, wie stelle ich Aggression auf der Leinwand dar. Oder so gelernt zu haben. Ich hoffe das ja nun, dass ich ihm mein Geld nicht zum Fenster raus schmeiße. Wenn, dann weiß ich ja auch nicht, ne. Dann werde ich aber auch mal so richtig aggressiv sein. Dann werden die es spätestens merken, dass sie mir das nicht hätten beibringen dürfen. Und bis dahin. Machen Sie es mal gut.